Das Spiel ist so casual. Ich freue mich schon auf den Rank-Modus, wenn der rauskommt. Ich freue mich schon auf den Rank-Modus, wenn der rauskommt. Sprecher, wann denkst du eigentlich um die anderen Updates? Übermorgen. Jetzt ernsthaft, denkst du, die kommen noch diese Woche, dieses Monat, nächstes Monat, nächstes Jahr? Dieses Jahr. Okay, nächstes Jahr ist eh safe. Dieses Jahr ist sicher. Übernächstes Jahr. Dieses Jahr ist sicher. Übernächstes Jahr. Ich hoffe, nächstes Monat safe oder diesen. Obwohl, dieses Monat wahrscheinlich eher nicht. Es wäre bald schon wieder vorbei. Zu Weihnachten. Ich glaube November. Nee, Weihnachten oder so. Ganz sicher November sogar. Oktober garantiert... Europa... Europa, was ich... Oktober zu... 95% nichts mehr. Manchmal habe ich halt einfach so... Da, da misch ich so Wörter rein. Da wird gar keinen Sinn dagegen. Da misch ich so Wörter rein. Ich hab ne... Ich hab ne... Sprech-Sprech. Sprech... 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 Oh mein Gott. Wow. Hat er nicht gesagt. Sprech... Sprech... Also... Du sollst auch mal auf irgendwelchen Blüten gehen. Sprech... 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 Sprech...